so leute weiter geht's mit dem fast wieder anbaut und wir machen heute weiter mit dem nächsten event aber was fahren wir heute für schönes ich würde sagen wir fahren mal einmal wir gehen heute auf shopping tour denn wir brauchen money 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 wir haben die suche nach uns noch nicht aufgegeben wenn wir in den abendnachrichten auftauchen fastet rydell aus hey wer doch gute pr für die werkstatt was steht jetzt bei dir an nach dem rennen nach dem rennen nein nach rydells soll nicht ewig arbeiten hab nie drüber nachgedacht ich wollte nur aus dem pflegesystem raus weil das rights ist genau der richtige ort für mich er war wirklich gut zu uns ehrlich gesagt der stabilste an dem ich bisher war aber manchmal weiß ich muss sich übrigens ein bisschen darauf achten wir gerade bei dem nassen wetter der auto bricht sehr schön aus einen guten ort an den wir gehören und wir haben einen plan gewinnt wir werden gewinnen ohne ende hey kiddo was hier erst dann jo was ist hast du meine rohrzange gesehen die die du immer rory lennst genau rory wo ist sie hast du im roten schrank geguckt natürlich habe ich danach gesehen da sehe ich immer sind wirklich mit meiner ab du hör' ich hahh tsch die du immer nennen ach so wenn wir davor vermissen okay okay ich habe mal wir machen das hier wir gehen heute auf shopping tour wie gesagt wir müssen unser auto aufbauen so ein step by step und dafür brauchen wir halt erstmal kohle das anders kann man es erstmal nicht machen so alles glaubst du ich bin schon wieder dritter auf 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 und los geht's wir sind in auf den fern guck nicht hin da weist sie gleich vorbei doch wieder führen bei der hälfte trends das ist schon jetzt runde Was ist denn alt? Sorry, ich lasse mich ungern überholen. Was ist denn ein würdiger Gegner? Zentrale, Streifekontaktion ist bereit, das Ziel auszuschalten. Wir haben ja drin gewonnen. So, gut, die. Oh, wir sind schon ein bisschen gefahren, gesuchter. Ich habe noch eine Verfolgung gesagt. Das ist immer gut. Nur ein kleiner Stoß, damit ihr merkt, dass es uns gibt. Fast abgehängt. Tschüssi. Hör mal. Sie sind nah. Ich weiß es. Sichtkontakt zum Markt verloren. Ihr seid weg. So, wir fahren zurück zum Versteck. Familie zählt, Kido. Heute hat echt Spaß gemacht. Yes. Ich weiß nicht, ob ich schon zurück will. So, wir machen mal sicher, sicher. Und der Fahrt ist wieder auf neu. Und wir haben 7.350 gewonnen. Wieso, weil sie insgesamt haben wir 7.350. Jetzt können wir uns nämlich auch die Felgen kaufen. So, Karosserie-Teile bearbeiten. Ich möchte mich gerne die Felgen haben. Die Bebeersfelgen, die schön. Felgengröße. 18 Zoll, natürlich. Ja, wir kaufen die Brembo-Felgen. Schön in Rot, natürlich. Das war ja... So, und zwar schon die Hinterräder neu. Okay, Bremsen. Ja. So, Felgengröße. Lassen die 19 Zoll hinten? Okay. Hat der vorne 18 Zoll gehabt? Hör mal. Felgengröße. Dann war ich die hinten auch auf 18, weil das ist Schwachsinn. Hinten auf größere Felgen. Felgen. Wir machen die... Das sieht scheiße aus, sonst... Dremssettel. Äh, ja. So, dann haben wir das auch. Reifung, Spielzeug, Reifung. Mach das so einen Mega-Unterschied. Ja gut, wahrscheinlich vom Gold her. So. Gucken wir mal, was ein Spoiler kostet. Scroll, wir haben noch 2,6. Wir könnten uns den hier leisten. Aber, ne, Spoiler, ja weniger gerade. Ich leuchtbar arbeiten. Auch das können wir uns auch nicht leisten. Zeitspieler voll arbeiten. Spoiler-Lippen. Ja, noch nicht. Wir machen Spoiler-Lippen. Wir brauchen auch noch mal ein bisschen Kohle auf jeden Fall. Roter Haume bearbeiten. Auch das können wir noch nicht machen. Scheißer bearbeiten. Wir machen die natürlich schön dunkel. Okay. Wir machen die natürlich dunkel, klar. Schärmer verarbeiten. Auch das können wir noch nicht. Ja, also, wir könnten schon, aber... Wir fahren auch die hier am besten irgendwie. Die G-Dori. Macht das noch einen Unterschied? Ich kaufe die hier. Egal. So, was kostet jetzt ein neuer Auspuff? Haben wir dann irgendwas, was mich jetzt gefällt? Oder lasse ich die Standard-Dinger? Nee, Standard-Dinger wahrscheinlich, weil gefällt wird es mir nicht. So, gut. Unsere kleine Korni hier. Können wir runterdrehen, oder? Wir drehen sie schön runter. Tiefer geht immer. Text. Das ist okay. Sample. Was ist denn Samples? Äh. Ach so, das ist wahrscheinlich hier, wenn ihr die Drohne sowas einsetzt. Okay. Da haben wir noch kein Geld für. Kommt noch. Wiesert Hupel lasse ich. Großsache. So, gut. Äh, ich bin raus für heute. Wir gucken gleich mal auf die Karte. Wir haben ja noch mehr Events. Haben wir noch irgendwas Schönes, was jetzt... Ne, jetzt ist es wahrscheinlich erstmal gerade nur das, ne? Ja, sieht zwar aus, sonst wäre es erstmal nur das hier. Gut. Die schöne Aussicht genießen wir dann morgen um 18 Uhr. Bis dahin und auf Wiedersehen. Ja, ich sag's nur kurz im Voraus, es wird sein, dass die Folgen etwas kürzer sind, weil ich bin jetzt ein bisschen vorbereiten möchte, jetzt gerade wegen meinem Urlaub. Ich bin jetzt, äh, vielleicht den Tag haben wir heute. Wir sind jetzt bei Folge 3, 4. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall vom 13. bis zum, oder beziehungsweise vom 14. bis zum 20. bin ich weg. Äh, beziehungsweise kommen wir rein in die 22. Und bis dahin möchte ich gerne vorbereiten an Material, dass wir dann ein bisschen was haben. Ne? Deswegen, wie gesagt, die Folge etwas kürzer. Seht es mir nach. Ich hoffe, dass wir dann wieder ein bisschen was mehr kommen. Und dann lasst es bei, wenn quasi eine Folge pro Event machen. Gut, ich bin raus heute. Bis dahin bei Need for Speed. Unbound. Unbound.